Also, das war's. Wird Deutschland islamisiert? Ein absolut katastrophaler Titel bei Hoss und Hopf. Keine Ahnung, was auf uns zukommt. Schauen wir rein. Bei einer Umfrage bei Neunklästlern, junge Muslime zu 40 Prozent sagten, dass sie einen Gottesstaat in Deutschland wollen. Über 40 Prozent dieser jungen Muslime sagten, sie wollen einen Gottesstaat in Deutschland. Und über 60 Prozent sagten, für sie ist die Scharia wichtiger als deutsche Gesetze. Dann ist das zusammengenommen natürlich ein Zeichen dafür, dass unsere freiheitliche Demokratie durch den Islamismus bedroht ist. Ja, was er da sagt, ist, dass Schulklassen befragt worden sind und dort haben bis zu 60 Prozent der Schüler, das kommt natürlich auch immer darauf an, wo diese Klassen befragt worden sind, gesagt haben, dass sie einen Gottesstaat in Deutschland... Firas schreibt, diese Zahlen sind falsch. Kern, ich finde das per se aber mal keine komische Sache. Auch wenn du sagst, dass die meisten Muslime wahrscheinlich einen nicht extremistischen oder gewalttätigen Islam ausleben, so ist es ja doch so, dass wenn die Mehrheit einer Bevölkerung und wenn wir uns die Kinderquoten anschauen, die in Deutschland von der biodeutschen Bevölkerung immer weiter runtergehen und von den Leuten, die... Biodeutsche, rechter Kampfbegriff, absoluter Schwachsinn, es gibt keine Biodeutschen. Soll einfach jeder, der denkt, er ist ein Biodeutscher, einfach mal einen DNA-Test machen. Was denkt ihr eigentlich, woher deutsche Nachnamen wie Schepkowski, Scheminski, Popowski und Müller-Riski und was weiß ich was kommen? So, die komplette Menschheit ist ein Produkt von über Jahrtausende Völkerwanderung. So ein dummes Gelaber-Biodeutscher. Ich das schon höre, Alter, der Typ ist wirklich so lost, Alter. Wir mit offenen Armen empfangen werden und alimentiert werden, dass die deutlich höhere Quoten haben und die meistens muslimischen Glaubens sind. Auch das ist einfach massiver Blödsinn, oh mein Gott, ich werde in diesem Video alle zwei Sekunden Pause drücken müssen. Das hat überhaupt nichts mit Muslimen zu tun. Alle Einwanderer aus ärmeren Ländern kommen erst einmal aus einer Gesellschaft, in der die Geburtenrate höher ist. Du kannst global einfach anhand offizieller Statistiken ablesen, je ärmer Länder, desto höher die Geburtenrate. Ganz einfach, weil Kindersterblichkeit höher ist und zweitens auch, weil das soziale System oftmals so schwach ist, dass für Eltern viele Kinder zu haben auch eine Art von Absicherung ist, weil diese Kinder sich später um die Eltern kümmern können. In reicheren, wohlhabenderen Wirtschaftsländern sinkt automatisch auch immer die Geburtenrate. Sieht man zum Beispiel in Japan. Das ist ganz normal, weil Menschen viel individualistischer leben und keine Kinder kriegen, weil sie gleichzeitig dabei auch ein bisschen im Auge haben, dass die Familie irgendwie erhalten und ernährt werden muss. Man bekommt ein Kind oder zwei und man konzentriert sich auf die und deswegen ist es ganz normal, dass da die Geburtenrate niedriger ist. Wandern jetzt Menschen ein aus ärmeren Ländern, dann bekommen die oftmals in der ersten Generation mehr Kinder. Das hat aber absolut überhaupt nichts mit dem Islam zu tun. Das wird genauso sein, wenn Menschen aus ärmeren christlichen Ländern in Afrika oder Südamerika oder sonst wo einwandern. Und vor allem, was hier komplett weggelassen wird, ist, dass sich das mit der Geburtenrate spätestens nach zwei Generationen völlig erledigt hat. Mann, Alter, guck doch einfach mal auf Leute, die hier seit drei Generationen haben. türkische Familien, die seit drei Generationen in Deutschland sind. Wie viele Kinder kriegen die jetzt noch, die dritte Generation? Erzähl mir doch keinen Scheiß, die kriegen auch nur noch ein oder zwei Kinder. Was ist das für ein Tumpkopfgelaber? Wie kann man sich wirklich unironisch diesen Schwachkopf-Podcast vom schwäbischen Dr. Evil und seinem Handlanger reinziehen? Ich verstehe das nicht, Alter. Das ist eine rein mathematische Frage der Zeit ist, bis hier mehr Muslime als Christen leben. Also auch das wieder, das ist so richtiges, richtiges Michael Stürzenberger Dummgeschwätz. Also erstens, diese Aussage von ihm, die vernachlässigt völlig den Fakt, den ich gerade genannt habe, wäre dem der Fall. Mann, wie dumm kann man eigentlich sein? Alter, überleg doch mal, wann die ersten Türken nach Deutschland gekommen sind. Warum sind wir nicht schon längst islamisiert? Die haben auch in der ersten Generation acht Kinder gekriegt. Ganz einfach, weil die irgendwann deutsch werden. Weil die Eigenschaften und das Verhalten sich immer mehr vermischt mit dem Verhalten, was hierzulande gängig ist. Weil wir hier ein wohlhabendes Land sind. Die meisten Menschen hier kriegen nicht so viele Kinder. Ganz einfach. Und zweitens, selbst wenn irgendwann Muslime hier in der Mehrheit wären, na und? Na und? Was ist denn so schlimm daran? Wie kann man einfach so pauschal Menschen dämonisieren? Muslime sind keine schlechten Menschen. Was soll der Scheiß? Dann sind sie halt in der Mehrheit. Ich habe keine Angst davor. Ich liebe alle meine muslimischen Freunde und Geschwister und Bekannten und Nachbarn und bla. Ich habe gar kein Problem damit, in einem Land zu leben, wo die in der Mehrheit sind. Na und? Solange es ein demokratisches, freiheitliches Land mit Religionsfreiheit wie Deutschland ist, ist es mir völlig scheißegal, wer in der Mehrheit ist. Also ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass es besonders geil ist, in der jetzigen Mehrheit zu leben. Wo wir Rassismus haben, Rechtsruck, Rechtsextreme bei der Polizei und sonst wo. Ist das geil jetzt oder was? Also wäre das so ein Verlust, wenn das dann nicht mehr die Mehrheit wäre? Na verp***st du euch, Alter? Dummes Gelaber. Ne ganz, hat gar nichts mit gelaufen. Wie kann man sich diesen Podcast noch reinziehen, Alter? Eine rein mathematische Sache, mit der Zeit wird das so kommen. Und dass die natürlich dann eher etwas wählen in ihrem Leben, was ihrem Glauben mehr entspricht, als das, was in die Richtung, in die Deutschland geht, mit Masturbationsräumen in Kindergärten und... Masturbationsräume in Kindergärten, Alter, was? Scheiße, Mann! Da kommt schon wieder diese Schwurbelei. Was würdet ihr mir als nächstes noch erzählen? Ja, die Grünen, die wollen Pädophilie legal machen. Bruder, wie oft wollen wir uns diesen Kack noch reinziehen? Boah! Nein, natürlich gibt es es nicht! Beauftragten und Gender Studies in der Uni, es ist doch wohl irgendwie völlig klar, dass das unweigerlich zu einem massiven Konflikt führen wird. Dass die vielleicht sagen, aus ihrer Sicht heraus, wollen die keinen transsexuellen Lehrer haben, der ihr Kind unterrichtet. Und die wollen auch nicht, dass ihr Kind über Homosexualität aufgeklärt wird. Aus ihrer Sicht und ihrem Glauben heraus. Also unabhängig... Er hat einfach mal... Er hat einfach mal pauschal Millionen von Muslimen in Deutschland in eine Schublade reingequetscht. Die wollen keine transsexuelle... Boah, weißt du das, du... Tut mir echt leid, aber ich habe ja selber den Glatz. Ich muss das jetzt rauslassen. Boah, weißt du das? Hast du mit allen geredet? Boah, Freundchen, wenn ich dich hier... Der wohnt ja hier direkt um die Ecke. Also wirklich Fußmarsch, vier Minuten von hier entfernt. Wenn ich dich mal jemals hier in der Nähe sehen sollte, dann unterhalte ich mich mal. Natürlich absolut rhetorisch und auf keine bedrohliche physische Art und Weise. Hast du alle Muslime in Deutschland interviewt, dass du das behaupten kannst? Hä? Auf jeden Fall, wenn ich den sehe, werde ich sofort mein Smartphone rausholen, live gehen und ihn live interviewen. Hast du das... Hast du das alle Muslime in Deutschland gefragt, dass die das nicht wollen? Was für ein dummes Gelaber. Schmeißt der da pauschal alle Muslime in eine Schublade, macht die zu homophoben, transphoben und sonst irgendwas. Nein, ich bin kein Muslim. Boah. Und ob die jetzt streng gläubig sind oder nicht, das ist einfach nicht etwas, was die normale muslimische Familie in ihrem Wertebild so für in Ordnung erachtet. Ich finde, das ist eine Unverschämtheit. Wie, also wirklich, wie kann der es wagen, sowas zu behaupten? Wie kann der das wagen, so etwas zu behaupten? Normale Frage, sorry du Model. Was für eine normale Frage. Wie kommst du denn da drauf, dass ich Muslim bin? Okay. Wie kommst du da drauf, dass ich Muslim bin? Wenn ich mal fragen darf, wieso denkst du das? Also die damaligen türkischen Gastarbeiter hatten wahrscheinlich im Schnitt mehr Kinder als Durchschnittsbevölkerung in der Türkei, weil sie eher aus ländlichen Gebieten kamen. Und mittlerweile passt sich die Deutsch-Türken-Kinderzahl weiter an die Märzgeschichte. Ja, nochmal. Du hast einen Bart. Als ob im tiefsten Bayern Homosexuelle oder Transsexuelle gern gesehen werden. Bei gescheiten Menschen bestimmt. Ja, okay. Also ich lasse mir die Laune nicht verderben. Weiter geht's. Ja, das ist erstmal eine Aussage, die stimmt so, vor allem wenn man sie auf Extremisten bezieht. Ich finde aber trotzdem ist hier der große Punkt, den man machen muss, hier den Unterschied eben zwischen gewöhnlichen Muslimen und Islamisten zu sehen, weil die eben Extremismus befürworten. Die sagen, hey, Gewalt ist okay für die Erreichung meiner Ziele. Und es gibt ja verschiedene Strömungen auch im Islam, die auch miteinander Probleme haben, weil dann die gewalttätigeren, extremistischeren Strömungen einfach sagen, die anderen liegen falsch. Und auch die müssen unserer Auslegung des Glaubens wieder unterliegen. Und ich finde, da wird der Islam oftmals einfach sehr, sehr stark missbraucht. Und deswegen finde ich es auch umso wichtiger, dass... Der wurde gerade von einem Podcast-Spezie missbraucht, in dem er pauschal über den Kamm geschert wurde. Checkst du das nicht, Junge? Das ist echt traurig, Alter. Personen, die aus Ländern kommen, bei denen der Islam eine große Rolle spielt, aber eben eine friedliche muslimische Gemeinschaft, sich da ganz klar gegenäußern und sich dazu distanzieren. Und da haben wir ein sehr, sehr gutes Beispiel hier von dem Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate in Berlin, und zwar Ahmed Al-Atar. Der hat sich nämlich direkt dazu geäußert, da gab es auch einige Artikel dazu. Der hat das kommentiert und gesagt, unglaublich, inakzeptabel und unverständlich, wie sich Menschen, die in Deutschland eine Heimat gefunden haben, gegen Deutschland wenden. Aber das ist typisch für politische Islamisten. Also hier sieht man, wie von den Vereinigten Emiraten ganz klar sich auch distanziert wird. Und dieser Missbrauch des Islams von politischen Islamisten, die eben ihre politische Ideologie versuchen, mit dem Islam zu rechtfertigen, so umzusetzen. Und was ich noch interessanter fand, ist, dass sogar, und das nochmal in Bezug auf, hey, man lässt jeden hier rein und achtet gar nicht darauf, was das für Leute sind. Da hat nämlich schon der Außenminister von den Vereinigten Emiraten, Abdullah bin Said Al-Nahyan, vor sieben Jahren vorgewarnt und hat gesagt, und Europa kritisiert, eines Tages wird es in Europa deutlich mehr radikale Extremisten und Terroristen geben. Grund dafür sind Inkonsequenz und die politische Korrektheit. Das hat er 2017 schon kritisiert und sich dementsprechend eben zu diesem zu laschen Umgang mit radikalen Moslems geäußert. Ja, und das ist auch gut so und daran sieht man mal wieder, wenn dieser Mann nicht arabischstämmig wäre, würde man ihn einen Rechtsradikal nennen. Ich finde das ja schön, dass vielleicht ein paar Leute, die in ihren Illusionen noch schwelgen, dass... Wie kann man das einfach so stehen lassen? Wenn er nicht arabischstämmig wäre, dann wäre er rechtsradikal. Achso, Araber können nicht rechtsradikal sein. Dieser Podcast strontzt, strotzt, strotzt, strotzt vor Dummheit. Jeder Mensch kann rechtsradikal sein. Absolut jeder. Also wirklich, bei Gott, gell. Also ich muss mir das wirklich in Zukunft noch zur Aufgabe machen, diesen Podcast auseinanderzunehmen. Das ist doch einfach, das ist doch nicht mehr erlaubt, Alter. In was für einem Maße die Desinformation betreiben, da wird man ja dumm, wenn man da zu lange zuhört und es nicht eingeordnet wird. Alter! Also ich glaube, wenn wir mit dem Scamager durch sind, müssen wir uns mal intensiver beschäftigen mit den zwei Kollegen da. Gerade aus den Emiraten heraus betrachtet wird, was wir hier treiben eigentlich, dass es eben nicht völlig normal ist. Ich finde es auch ganz toll, was Herr Alatar hier gesagt hat, dass er hier klar Stellung bezogen hat. Das kann ich nur so unterschreiben. Ich finde, das ist ein sehr, sehr toller Mann, dass er das so sagt. Und sie hier klare Kante zeigt. Schau mal, es ist ja, ich sehe die Kritik nicht unbedingt bei diesen Leuten. Die glauben, was sie glauben. Und denen, ich meine, ob extremistische Islamisten, die Gewaltanwendung gutheißen, um ihre Zwecke durchzuziehen, oder die Antifa, die grundsätzlich Gewalt anwendet, um ihre Ziele durchzusetzen, das sind alles extremistische... Die Antifa, die wendet grundsätzlich Gewalt an. Junge, tickst du noch nochmal? Du bist doch hier in Stuttgart, schwäbischer Doktor Iwe. Hier ist überall um dich rum Antifa. Bei dem Scheiß, den du da die ganze Zeit von dir gibst. Warum ist dann nichts passiert? Wenn die Antifa grundsätzlich immer Gewalt anwendet, bist du eigentlich dumm? Antifa heißt Antifaschismus. Das heißt, gegen Faschismus zu sein. Das heißt, jeder normal tickende Mensch ist eigentlich Antifa. Nur weil ihr Rechten da immer versucht, so eine linksextremistische, radikale Gewalt-Terror-Organisation zu machen, hat das nichts mit der Realität zu tun. Es gibt keine zentral organisierte Antifa. Die Antifa sind in jeder Stadt andere Menschen. Das sind einfach Menschen, die sich damit identifizieren, gegen Faschismus zu kämpfen. 161. Antifaschistische Aktion. Was ist denn das für ein Kackgelaber, Alter? Ganz Stuttgart ist Antifa. Überall, wo der Typ durchläuft, ist auf jedem zweiten Stromkasten in Stuttgart entweder 161 oder Antifa-Zone draufgesprüht. Und? Wie oft bist du schon gewalttätig angegangen worden für den Schmutz, den du da von dir gibst? Ich wette nicht einmal. Dummes Gelaber, Alter. Faschistoide, damit in ihrer Grundgedankenwelt faschistoide Organisationen, die Gewalt als probates Mittel sehen, um ihre... Also ich muss echt sagen, gell, also das muss wirklich die Runde machen. Wie der hier auch über die Antifa redet, ich glaube, das muss auch mal der Antifa Stuttgart mitgeteilt werden. Tickerchen. Krass. Man muss immer schauen, wie ist das Ganze aufgebaut gewesen. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, die Betreiber dieser Demonstration, die hier erst waren, wie sind die aufgestellt? Wer hat versucht, das zu verhindern und wer hat es zugelassen? Ich lese hier gerade mal vor, wer das war und wie die sich ausrichten. Also Muslim Interaktiv, die diese Demonstration am 27. April abgehalten hat, die sollten durch Bemühungen der Hamburger CDU verboten werden. Und wer hat sich dagegen gestellt? Gegen ein Verbot von Muslim Interaktiv, die ein Kalifat fordern? Ihr könnt es euch schon denken. SPD und Grüne. Ja? Komischerweise immer... Und jetzt? Was beweist es? Dass sie dagegen gestimmt haben? Hä? Wenn es um anti-deutsche Bemühungen geht, SPD und... Anti-deutsche. Oder der Typ ist einfach rechts. Der ist einfach klipp und klar rechts. Das ist ganz klar klipp und klar rechts. Der ist einfach ein ideologischer Feind. Also deutlicher geht es nicht. Verbrenner soll abgeschafft werden, SPD und Grüne. Atomkraftwerke sollten... Das macht einfach gar keinen Sinn. Was hat jetzt mit der Debatte, um die Islamisierung mit Verbrenner zu tun? Das ist einfach astreiner Dummkopfpopulismus. Für rechte Trottel. Gaijin, einen guten Morgen, mein Lieber. Du kommst genau richtig. Unfassbar, Alter. Energie abgeschafft werden, SPD und Grüne. Wäre das noch? Ja gut, interessant, die Leute, die das wählen. Also, Hamburger Verfassungsschutz stuft die Gruppierung Muslim Interaktiv als gesichert extremistisch ein. Gesichert extremistisch. Und trotzdem wurde das zugelassen, dass die Leute ihre Demonstration abhalten dürfen und dass die Leute... Ja, die AfD ist in vielen Fällen auch und Teile der AfD ist doch in vielen Regionen auch gesichert rechtsextrem. Die dürfen doch auch ihren Scheiß abhalten. Und jetzt? Wie tief steckt da eigentlich der AfD schon im Rachen drin? Jetzt mal ernst gemeinte Frage. Da schmecken die Klicks von den AfD-Wählern, ne? Schwäbischer Dr. Evil. Dort stehen dürfen und Allahu Akbar schreien und fordern, dass das Kalifat eingeführt wird. Ja, wen kritisiere ich jetzt? Kritisiere ich diese Leute dafür? Nein, die jucken mich gar nicht, diese tausend Leute. Die jucken mich nicht. Die sind, wie sie sind. Mich juckt, dass Teile der deutschen Politik ganz offensichtlich ein- und dann zwei Augen zudrückt, wenn es darum geht, dass radikale Muslime die Demokratie abschaffen wollen, aber aufschreien voller Empörung, wenn wieder irgendein Rechter fordert, dass Leute, die gewalttätig sind in diesem Land, Ausländer, dass die remigriert werden sollen. Also dass die... Das kann nicht sein Ernst sein. Also er stellt, also keine Ahnung wie viele, mach ein paar tausend Muslime, die sowas fordern. Es waren eigentlich nur genau tausend, glaube ich, wenn überhaupt auf dieser Demo. Das stellt der gleich mit dem Problem des Rechtsextremismus in Deutschland. Willst du mich verarschen? Willst du die Leute für dumm verkaufen oder bist du so dumm? Ist das dein Ernst? Das steht also auf derselben Stufe, also in Form von Gefahr für unsere Verfassung und für die Sicherheit und die öffentliche Ordnung in Deutschland. Das steht auf derselben Stufe? Sollen wir nochmal durchgucken? Komm, gucken wir es uns nochmal zusammen an. Gesamtstrafaufkommen, Delikte 2023, rechts 28.900 Delikte, links 7.000, religiös 1458 und das sind nicht alle nur Muslime, aber lass es von mir aus ein Großteil sein. Willst du mich verarschen? Vergleich mal diese Zahl hier mit. Propagandadelikte, rechts 16.600, links 117, religiös 174. Beleidigungen, rechts 2700, religiös 68.000. Volksverhetzung, rechts 5.367, religiös 263, links 42. Straftaten im Internet, rechts 7.000, religiös 705. Gewalttaten, rechts 1270, religiös 90. Körperverhetzung, rechts 1.123, religiös 56.000. Hasskriminalität, rechts 11.600, religiös 689. Antisemitische Straftaten, rechts 3.000, religiös 531. Sexuelle Straftaten gegen sexuelle Orientierung, komisch. Rechts 445, äh 55, religiös 40. Frauenfeindlich, rechts 145, religiös 10. Das ist keine Seite. Das ist offiziell vom Bundesministerium für Bundeskriminalamt. Bundesministerium des Inneren und für Heimat. Bundeskriminalamt, BKA. Das kannst du runterladen. Das habe ich von der Internetseite, äh, des BKA's. Hier. Bundeskriminalamt. Vorstellung der Fallzahlen zu politisch motivierten Kriminalität. Bundeskriminalamt. Also einfach legit der Scheiß. Und deswegen ist das so unfassbar dumm, von diesem schwäbischen Dr. Evil hier so zu tun, als ob das, ja, das ist beides echt schlimm. Nein, eine Sache ist hier mit Abstand am schlimmsten und auch am dringlichsten zu bekämpfen. Rede das nicht klein. Schwäbischer Dr. Evil, Schwiebel, Schwiebel. Das Landesverwiesen werden soll. Das ist ein Aufschrei. Wenn es aber darum geht, dass Radikal-Islamisten hier einen Kalifat fordern, das ist völlig in Ordnung. Und das ist, das finde ich, das finde ich das große Problematische in diesem Land. Du hattest ja auch vorhin erwähnt, dass die Medien das nicht richtig, oder das kritisiert wurde, dass die Medien das nicht richtig am Anfang berichtet haben. Zumal die Tagesschau, und da ist das Interessante, dass die Bild bei der Tagesschau nachgefragt hat, warum sie das denn, ja, nicht so berichtet, darüber berichtet haben, uns ignoriert haben. Und da wurde dann darauf geantwortet, dass sie eine begrenzte Sendezeit haben. Das heißt, aus der Pressestelle der NDR, der die Sendung produziert, heißt es auf Bildanfrage, Aufgrund der begrenzten Sendezeit muss zwangsläufig eine Auswahl auf Basis journalistischer Nachrichtenkriterien getroffen werden. An diesem Wochenende lag der Schwerpunkt unter anderem auf den geplanten Schließungen beim Galeria Kaufhof, dem Parteitag der FDP, dem Beginn des Europawahlkampfes, antisemitischen Vorfällen an Universitäten in den USA sowie 20 Jahre EU-Osterweiterung. Das kannst du auch nicht mit Ernstermine vorlesen, ne? Also, dass sie sich immer wieder erdreisten, so einem ins Gesicht zu lügen, ja? Ja, also, wenn, normalerweise ist das in der Prioritätenliste Nummer eins, wenn, nee, nicht wenn, egal wer, aber wenn, jetzt sind wir wieder bei der größte Feind in Deutschland, die größte Gefahr, die Rechten, ja, die Demokratie abschaffen wollen, dann wird alles freigemacht, um von morgens bis abends zu berichten. Seht ihr, wie ihr das so kurz in einem Nebensatz abgefrühstückt habt? Ja, ja, die Rechten, die größte Feind, ja, du hast doch hier gerade die Zahlen gehört. Das ist der größte Feind für die Demokratie. Das ist das größte Problem. Das ist die größte Gefahr. Ja, wie kann man diese Zahlen ignorieren? Und ihr müsst euch bedenken, ne, diese Zahlen sind vom Jahr 2023. Das heißt, in diese Zahlen bließen die ganzen, diese unzähligen Menschen, die in den letzten Jahren hierher flüchten mussten, mit rein. Jetzt gibt diesen Menschen mal ein paar Generationen, dass Straftaten, die auch innerhalb von Unterkünften für Flüchtende entstanden sind, sich dann auch wieder im Laufe der Zeit von selbst erledigen. Und dann guckt ihr mal diese Statistik an. Guckt ihr mal diese Statistik in 10, 15 Jahren an, ohne eine erneut auftretende Welle an Flüchtlingsstrom. Ups, falscher Knopf, sorry. Aber wenn genau das Gleiche von Islamisten, nochmal, das sind fremde Leute, die gehören, also die kamen hier irgendwann mal her, ja, die sind nicht hier. Hat die gehört, was ihm hier gerade fast rausgerutscht ist? Die gehören hier nicht her. Äh, ich meine, die kamen hier irgendwann her. Nur Gott weiß, was gerade für, für, für Aussprüche gerade in meinem Herzen drin kleben, aber ich lasse, ich verkneife sie mir. Die gehören nicht hierher. Du gehörst nicht hierher. Du gehörst nicht hierher. Wander du doch aus nach Dubai. Sowas gehört nicht in ein modernes, multikulturelles, weltoffenes Deutschland. Die gehören nicht hierher. Krass. Krass, Alter. In unserer Kultur drin, wenn die das fordern, dann ist irgendwie, ja gut, wenn der Druck groß genug ist, dann berichten sie schon irgendwann davon. Schauen wir uns mal ein paar Stimmen und Positionen an. Olaf Scholz, unser hochverehrter, allseits beliebter Kanzler. Dass der, äh, dass der Hos Saini, dass der sich auch nicht schämt, da dabei zu sitzen, während sowas gesagt wird, gell? Hat Folgendes gesagt. Massiv kritisiert wird von allen anderen Parteien, weil sie die Delegitimierung des Staates, also Kritik am Staat, per se schon unter Strafe stellen möchte. Das gibt es nur in... Heißt es nicht Delegitimation? Ich habe keine Ahnung, aber das ist typisch Gischgalopp bei Schwurblern. Und ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, dass sie ein Gesetz bringen möchte, was Kritik am Staat, äh, unter Strafe stellt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das hat er hier einfach, das ist typisch Schwurbler-Gischgalopp. Das hat er einfach kurz so in einem Nebensatz rausgefurzt, ohne dass es irgendwie belegt wird. Und für den Zuschauer bleibt es einfach im Hinterkopf. Das ist typisch Schwurbel-Content. Wenn ihr merkt, dass solche Sachen so nebenbei rausgefurzt werden, so als ob die Schulwissen wäre, obwohl das mitnichten der Fall ist und ihr in dem... Ihr müsst euch einfach immer selber fragen. Guck mal, wenn jetzt jemand sagt, ja, es gibt Schwerkraft oder die Erde umkreist die Sonne. Ja, das kann man kurz nebenbei rausfurzen, weil das ist allgemeiner Konsens und lange, lange schon einfach selbstverständliches Schulwissen. Aber wenn jemand etwas sagt, dann, und das ist eine steile These, dann fragt euch einfach für einen Moment, könntet ihr das jetzt gerade bestätigen, dass das wirklich stimmt? Und wenn nicht, dann drückt Pause und schaut erstmal nach, ob das stimmt, weil ansonsten werdet ihr einfach manipuliert, indem ihr euch sowas anguckt. ...zusehen ist schwer erträglich. Es ist gut, dass die Hamburger Polizei mit einem Großaufgebot Straftaten entgegengewirkt hat. Keine Terrorpropaganda für die Hamas, keine Hassparolen gegen Jüdinnen und Juden, keine Gewalt, wenn es zu solchen Straftaten kommt, muss ein sofortiges, hartes Einschreiten bei Demonstrationen geben. Kian, wenn ich noch einen Satz hier sagen darf. Ich weiß, das ist nichts, was irgendwie für sie wichtig ist, die Frau Faeser, aber warum erwähnt ihr eigentlich nicht uns Deutsche hier? Um die geht es eigentlich? Wir sind in Deutschland. Es geht hier nicht um Jüdinnen und Juden, es geht um Deutschland. Es geht hier nicht um Jüdinnen und Juden, das ist eine Religion, es geht um uns hier in Deutschland. Also hat der Typ uns einfach gerade ins Gesicht gesagt, dass für ihn Jüdinnen keine Deutschen sind. Es ist das zu fassen, ist das echt zu fassen? Der Typ hat innerhalb von elf Minuten gezeigt, dass er findet, dass Muslime keine Deutschen sind und Juden auch keine Deutschen sind. Wie kann man sich das reinziehen? Ich fasse das einfach nicht. Krass, Alter. Und warum wird das nie erwähnt? Ihr ist es wichtig, dass die nichts sagen über den Konflikt in Gaza und was dort passiert durch die Bombardierungen. Dazu dürfen sie auf keinen Fall was sagen. Aber dass die ein Kalifat in Deutschland ausrufen, ist irgendwie egal. Die haben kein Kalifat ausgerufen. Was ist das für ein uninformierter Blödsinn? Die können nicht einfach so ein Kalifat ausrufen. Schwachsinn, Alter. Dafür musst du erstens den Zuspruch und den Rückhalt von den größten Gelehrten und Strömungen haben und sowas auszurufen. Und zweitens, wenn du es entgegen dieser Voraussetzungen machst, so wie Daesh das in Syrien gemacht hat, dann musst du dazu irgendeine Gelegenheit haben, was die halt hatten. Weil die Waffen in die Hand genommen haben und sowieso schon gefallene Staaten überrannt haben. Können diese tausend Leute bei dieser Demo in Hamburg jetzt Deutschland überrennen oder was? Und ein Kalifat ausrufen? Was ist das für ein dummes Gelaber, Alter? Da kann ich auch nur wieder an die Leute appellieren. Hört genau zu. Schaut euch an, was hier gesagt wird. Du hast ja gerade gesagt, dass Olaf Scholz beispielsweise sich dazu geäußert hat und gesagt hat, dass alle Möglichkeiten und Handlungsoptionen genutzt werden. Jetzt fragt man sich, warum wurde die Demo an sich nicht verboten? Da hatte sich die Polizeisprächerin Sandra Lev Grün geäußert. Es müssen tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorlegen, dass es während der Versammlung zu gewalttätigen Ausschreitungen kommen wird. Also rechtlich gesehen. Und da hatte sich beispielsweise der Hamburger Innensenator frustriert dazu geäußert, dass die Islamisten wohl penibel darauf achten, sich gerade so außerhalb des strafrechtlich relevanten Rahmens zu bewegen. Und hat dazu zu Bild gesagt, Einfach, das ist original eine Beschreibung aller Rechtspopulisten und Rechtsextremen. Ein solches Schaulab von Islamisten ist unerträglich und widermüglich an. Die Versammlungsbehörde der Polizei hat allerdings eine Untersagung der Versammlung rechtlich klar ausgeschlossen. Wohlgemerkt, das ist zu dem Zeitpunkt gewesen, als die erste groß aufgeschriene Demo in Sachen Kalifat war. Wir haben ja gerade schon am Anfang erwähnt. Dann in der zweiten haben sie Auflagen bekommen, an die sie sich halten mussten und durften auch keinen Kalifaten ausrufen, haben es dann auch nicht getan. Das ist die Frage, ob das dann das Problem an der Wurzel berührt und etwas verändert oder nicht. Und ein großes Problem, was ich da auch sehe, du hast jetzt beispielsweise Israel und Gaza oder die Hamas erwähnt, ist, dass solche Organisationen einfach dann versuchen mit Mitleid beispielsweise über der Situation in Palästina auch Leute, die gar nicht radikal sind, in ihre eigenen Reihen zu ziehen. Und plötzlich stehen dann da Leute auf dieser Demo, die gar nicht wissen, wie extremistisch diese Personen sind. Und das finde ich ist auch besonders gefährlich und muss man sich auch vor Kopf halten, was sind das für Personen, was sind ihre Ziele? Und nicht nur einfach nur sagen, hey, wir stehen hinter Palästina, deswegen kommt und demonstriert mit uns, da dazugehen. Also ich sage mal, ich weiß nicht, ob da sich einer verirrt, weil da musst du ja schon einen langen, dichten Bartwuchs haben, um dich da irgendwie zugehörig zu fühlen. Ich weiß jetzt, bei mir wäre es, würde es irgendwie nicht, ich würde mich da jetzt nicht, ich würde da jetzt nicht denken, das sind jetzt irgendwie, meine Jungs sind ja eigentlich nur Männer gewesen oder fast nur Männer und ein paar komplett verhüllte Frauen waren auch dabei. Ja, aber ich, ganz klar, also alleine die schon, diese Aussage, das gab es ja die Polizeisprecherin Sandra Leff-Grün, es müssen tatsächlich Anhaltspunkte dafür vor... Ja, ich verstehe, dir läuft es kalt den Rücken runter, ich finde das auch nicht geil, aber was glaubst du, wie viele Leute das schauen ohne Einordnung? Ist doch gut, wenn wir das schauen und es einordnen, finde ich. Dass es während der Versammlung zu gewalttätigen Ausschreitungen kommen wird, das hast du ja gerade auch schon vorgelesen, Kieran. Also wollt ihr mich eigentlich verarschen? Also wenn irgendwelche Rechtsradikalen, um wieder beim Thema zu sein, den rechten Arm zum Hitlergruß heben würden und Nazi-Parolen schreiten, dann könnten die ja auch komplett nicht gewalttätig sein. Sie können einfach friedlich dastehen und das machen. Dann würdet ihr sofort einschreiten, sofort, ohne eine Minute... Ja, das ist auch absolut zu vergleichen. Wie gesagt, ich brauche nur noch mal die Zahlen, die wir gerade angeschaut haben, in Erinnerung zu rufen. Das ist ein sehr schöner Whataboutismus, um einfach... Überlegt euch, überlegt, denkt mal bitte kurz drüber nach, was der Typ hier gerade macht. Wir sind in Deutschland, wie er gerade unbedingt betonen musste, in dem Deutschland, wo mit diesem Symbol, mit dieser Geste und mit dem, was dazugehört, sechs Millionen Menschen industrialisiert zu Weißgottwas verarbeitet wurden. Ein vergleichsloses Ereignis in der Neuzeit. Es gab nie in der neueren Geschichte der Menschheit etwas derart teuflisch Organisiertes wie dieses Ereignis. Und das will er mit Whataboutism relativieren, indem er erwähnt, da sind Leute, die sich ein Kalifat wünschen. Was hat denn in Deutschland in der Vergangenheit, was so die Erfahrung zeigt, mehr Menschenleben gekostet? Ein ausgerufenes Kalifat oder vielleicht das Dritte Reich? Hm. Unfassbar. Bullshit ist das. Und wen wollte er diesen Bullshit verkaufen? Ja, also ich finde das schon, es ist schon so zweideutig, was hier losgeht. Und Kieran, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der Fußballer unserer Nationalmannschaft, Antonio Rüdinger, der hat ja mal auch beim VfB Stuttgart gespielt und spielt jetzt bei Real Madrid. Da gab es ja erst so einen, ja auch hochgebauschten Medienskandal. Der hatte Ramadan, man ist gläubiger Muslim, und da hatte, nach dem Ramadan hatte der, wir blenden das Foto jetzt mal gerade ein, wo er so seine Hand hochhebt. Und dann gab das wirklich über Tage, auch auf Twitter, gab es da Diskussionen, ob das quasi der Islamisten-Gruß wäre. Und so quasi mit Islamismus und dann immer so der ISIS-Gruß, ja. Die ISIS-Leute maskiert hatten ja auch öfter so gemacht. Okay. Also erstens mal, wenn ein gläubiger Moslem seine Hand, den Tauhid-Finger nennt man das ja, hebt, dann finde ich daran nichts Verwerfliches, per se mal. Das ist nichts Verwerfliches. Er bekämpft gerade einfach seinesgleichen. Was soll denn das jetzt? Will der uns für dumm verkaufen? Wer hat denn da draußen das Drama gemacht? Alle oder vielleicht nur die Leute, die auch deinen Schmutz-Podcast gucken? Wer hat denn da einen Fass aufgemacht? Julian Reichelt, Bild und keine Ahnung, wer sonst. Wen bekämpfst du denn hier gerade? Du bekämpfst genau die Leute, die den gleichen Scheiß verzapfen wie du teilweise in deinem Podcast. Die Leute, die deinen Podcast gucken, teilweise. Auch wenn die Medien gerne das dann dazu machen, aber bloß weil die Medien etwas framen, heißt es nicht, dass man dann aufhören muss, ein religiöses Zeichen wie seine Hand hochzuheben, dass man das dann unterlassen muss. Wir können ja hier mal ganz kurz ein Zitat einfügen. Das ist jetzt von Serdar Kurnatz, Professor für Islamistische Theologie der Humboldt-Universität in Berlin. Der sogenannte Tauhid-Finger symbolisiert ein grundlegendes Konzept im Islam, den Mono-Etheismus, Tauhid bedeutet im Arabischen Eins sein und wird durch den einzelnen Finger dargestellt. Es ist Teil des Gebets und wird traditionell beim islamistischen Glaubensbekenntnis gezeigt. Es ist eine Geste der Dankbarkeit und Freude. Und da macht man dann wieder ein Riesenthema drauf, den Rüdiger fertig zu machen, der übrigens für unsere, er ist ja gar nicht mehr, die Nationalmannschaft ist ja jetzt die Mannschaft, der diesen Finger hebt und klagt ihn dann an so und rückt ihn bewusst in die Nähe von Radikal-Islamisten. Da macht man wiederum was, da bellt man ganz laut. Wenn dann aber über tausend Leute auf der Demo ganz offensichtlich ihre Zugehörigkeit und Bekundung, Zugehörigkeit nicht zu Deutschland und Bekundung zum radikalen Auslegung des Islam, zur Scharia, zu einem Kalifat, da macht man da nichts und die lässt man gewähren. Da siehst du, wie krass zweideuchig das ist. Ja, die Frage bei dem Thema, wie ich finde es ist, ist es ein Problem der Verbote? Beispielsweise hier auch nochmal vorgelesen, Zitat, die Forderung nach einem Kalifat sei nicht strafbar, hieß es aus dem Präsidium. Es habe strenge Auflagen gegeben, zum Beispiel keine Terrorpropaganda, keine Hassparolen, keine Gewalt. Die Islamisten blieben friedlich. Oder wie siehst du das, Philipp? Ich bin, wie gesagt, ich bin kein Verbotsfan. Ich bin aber von meiner gedanklichen Auslegung so, dass ich meine, die Bevölkerung, wenn man sie mündig hält und sie nicht ständig belügt, sondern ihr einfach zeigt, was die Realität ist, die kann sich sehr wohl ein eigenes Bild schaffen. Die kann sehr wohl eigene Entscheidungen treffen. Der Staat muss nicht à la Big Brother und Übervater alles für die Bürger an Entscheidungen treffen, sondern der Bürger selbst hat eigene Freiheiten, sollte diese haben, sollte diese auslegen, sollte dieses eigenes Bild machen. Also lasst solche Jockels, ich würde solchen Leuten sagen, hört zu, aber wie gesagt, das ist ein ganz anderes Deutschland, von dem ich jetzt spreche, als das, was wir in der Realität haben. Ich würde sagen, wenn ihr das wollt, dann geht in die Länder zurück, wo es das gibt. Um es ganz klar zu sagen, ich will jetzt keinen Schimpfwort sagen, aber verpiept dorthin, wo ihr das haben könnt. Ja. Wenn es euch nicht passt, dann geht doch in eure Länder zurück. Ja. Das kleine Einmaleins des Rhetorik-Baukastens für Rechte. Das könnt ihr sagen, ohne eine Anzeige zu bekommen. Ja. Ja, ist richtig. Man kann auch in ein anderes Land gehen, wenn es einem in Deutschland nicht gefällt. Richtig. Das gilt auch für dich, Schwiebel. Da, wo es das gibt, geht nach Afghanistan. Also ist doch alles in Ordnung, macht das doch. Aber nicht bei uns. In dem Land sind wir nicht, weil dafür bräuchten wir Nationalstolz. Den haben wir nicht. Wir sind im Minusbereich. Gott sei Dank sind wir im Minusbereich. Dadurch erkennt man besser diesen Schwachsinn, den wir hier begutachten dürfen. Gott sei Dank sind wir hier im Minusbereich. Kein Mensch braucht diesen absurden Nationalstolz. Brauchen wir nicht. Da kann man auch mal stolz, da kann man wirklich stolz auf Deutschland sein. Das brauchen wir nicht. Aber deswegen, ich nochmal, ich schätze alle Kulturen und Länder. Jeder soll denken und tun und lassen, was er will. Aber dann soll er sich einen Ort suchen. Aber dann bei sich. Boah, ich schwöre, das ist original. Das ist wirklich Nazi-Gelaber. Wirklich. Das ist genau, hat nicht Steven Feldmann genau das Gleiche gesagt? Bei Charo oder so? Ja, wir finden ja die unterschiedlichen Kulturen toll. Die arabische Kultur ist bestimmt auch total toll. Deswegen wollen wir ja, dass die erhalten wird. Deswegen sollen die ja, es wäre ja schade, wenn die verloren geht. Deswegen sollen die ja bei sich bleiben, damit die Kultur dort erhalten bleibt. Anstatt, dass jegliche Kultur verloren geht, weil alles vermischt wird. Das ist so, das ist was ich meine. Das ist so richtig Nahtrhetorik-Baukasten. So kannst du es formulieren, damit du nicht eine Anzeige wegen Volksverhetzung bekommst. Das ist einfach original der Sprech. Das sind genau die gleichen, die jetzt einen Ständer haben, weil die Talahun sagen können, anstatt Kenick. Wo er das tun kann und wo das vielleicht zur Grundkultur oder vielleicht zur politischen Auslegung im Iran nennt sich islamistische, als islamistisches Land. Das ist quasi in der Politik drin, beispielsweise. Oder es gibt andere Länder, wo die das vielleicht, wo die Religion bewusst ein Bestandteil der Politik ist und das eben nicht in der Gewaltenteilung ist. Dann macht das aber halt nicht hier. Ich glaube, was da an Ländern am nächsten rankommt, an den Kalifat, auch wenn Afghanistan kein Kalifat hat, aber so diese gewalttätige Ausübung, diese radikale Ausübung des Islam, da kommt Afghanistan schon stark nah. Und da stelle ich mir auch die Frage, warum geht man dann nicht in so ein Land? Und in Sachen Verbotspolitik, wie du schon gesagt hast, ich weiß auch nicht, ich habe da auch keine jetzt eindeutige Schwarz-Weiß-Meinung. Da muss man sich dann die Frage stellen, ob das dann nicht eher Symptomunterdrückung ist und eben das Problem nicht bei der Wurzel packt, wenn man dann eine einzelne Demo vielleicht mal verbietet, statt eben dem Problem an den Grund zu gehen. Was ich aber in diesem Fall eben unglaublich wichtig, neben dem, was du jetzt gerade gesagt hast, noch findest, ist das, was ja hier auch passiert ist, die ganz klare Distanzierung von diesen Menschen und auch nicht das Zulassen, dass diese Menschen eben den Islam für ihre eigene Propaganda in dem Sinne ausnutzen können. Auch mit dieser Begriff Muslim interaktiv, einfach alle Menschen, die den Islam verfolgen, so mit unter einen Hut zu ziehen und ja, mit in dieses... Ja, du Schlaumeier, das hat dein Kollege einfach zu Beginn des Podcasts direkt gemacht. Alle Muslime in einen Topf werfen, da hat es dich irgendwie nicht gewundert oder gestört. ... das Boot zu ziehen und zu behaupten, dass Muslime gespalten werden und ein Problem daraus zu machen, wie Muslime behandelt werden, obwohl es um Islamisten geht, ganz klar. Ja, also ich bin wirklich, ich bin gespalten bei dieser Geschichte, weißt du, ich kann diese Leute teilweise sogar verstehen, also aus ihrer Sicht heraus, wenn ich ein gläubiger Moslem bin und ich lebe nach dem Glauben des Islam... Oh mein Gott, egal was jetzt kommt, es wird schlimm sein. Also er will uns jetzt erklären, wie ein gläubiger Moslem zu sein, reden, leben oder sonst was zu tun hat. Oh mein Gott. Leute, an alle Muslime da draußen, lasst euch jetzt hier vom schwäbischen Dr. Evil erklären, wie ein Moslem zu sein hat. Und nach der Heiligen Schrift, dann sehe ich schon viele Dinge in Deutschland, die sind absolut skandalös, die gehen nicht. Also Deutschland hat auf der einen Seite, und das ist ja das Verrückte, hat auf der einen Seite sich gesagt, wir holen uns Millionen und Abermillionen von Muslimen ins Land, ganz bewusst, gesteuert, holen wir sie uns ins Land. Okay, also ich finde, also ich will jetzt echt nicht übertreiben, gell, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie irgendjemand, der ein Experte wäre, das nicht als Volksverhetzung einschätzt. Wir haben uns gezielt und gesteuert Millionen von Muslime ins Land geholt. Wenn ein Moslem nach seiner heiligen Schrift lebt, dann funktioniert es nicht in Deutschland. Also jetzt mal ganz im Ernst, das ist doch 100% islamophob. Wie kann das denn noch auf YouTube sein? Also wirklich ernst gemeint. Wie kann das auf YouTube sein und wie kann man sich diesen Podcast anhören? Egal ob Muslim oder nicht Muslim, wie kann man sich das reinziehen? Das ist doch menschenverachtend. Wir haben uns die gesteuert. Ihr wisst ja, was das ist. Das ist der große Austausch. Das ist der Bevölkerungsaustausch, die rechtsextreme Verschwörungstheorie. Aber wirklich, bei Gott, niemand, der bei Verstand ist, kann sich diesen Podcast reinziehen und das ignorieren. Geht nicht. Und gleichzeitig versuchen sie irgend so einen Woke-Linksstaat einzuführen. Und das kann ja nur zu einem brutalen Konflikt führen. Es geht gar nicht anders. Man könnte schon sagen, dieser Konflikt ist bewusst so, dann wird dann hervorgerufen. Weil wenn ich gleichzeitig... Weltweiter Rechtsruck, aber hier wird versucht, einen Woke-Linksstaat zu errichten. Alles klar. Krank, Alter. Wenn ich eine politische Indoktrinierung habe, wenn ich in den Schulen immer links-woker werde und von unterschiedlichen Geschlechtern... Und man kann ja sich jetzt in Deutschland jedes Jahr sein Geschlecht ändern lassen. Ja, wie wäre es, wenn du dir nächstes Jahr dein Geschlecht in Hirn amputiert ändern lässt? Jetzt einem streng gläubigen Muslim erklärst, dass er seinem Kind im Unterricht beigebracht wird, dass er jedes Jahr sein Geschlecht ändern kann. Und das ist auch nicht drei, vier, fünf. Das wäre ja schon, what? Fünf Geschlechter? Es gibt doch nur zwei. Nee, es gibt jetzt 72 oder 75. Die können uns doch nur für Geisteskrankheiten. Und das sehe ich als den Konflikt. Verstehst du, Kian? Du lässt diese Leute rein. Das haben wir gemacht. Und dann sagen wir, okay, und jetzt integriert euch bitte... Nein, wir lassen diese Leute nicht rein. Das ist Teil unserer Verfassung. Wir haben extra Asylrecht. Jeder Mensch, der schutzbedürftig ist, hat Anspruch darauf in Deutschland. Wir lassen die nicht rein. So funktioniert unser Staat. Transfeindlichkeit auch noch mit drin. Hier ist alles drin. Hier sind rechte Verschwörungstheorien drin, Islamophobie und Transphobie jetzt auch. Hier ist alles dabei, Leute. Guckt euch einfach dieses Video an und schämt euch, wenn ihr jemals nochmal eine Folge von diesem Podcast guckt. Daraus. Die denken ja, wo sind wir hier gelandet? Und dann sehen sie aber im nächsten Schritt, hm, warte mal, wir sind hier zwar in diesem verrückten Deutschland gelandet, das ganz anders war, als es uns eigentlich versprochen wurde, aber wir haben ja unglaublich viele von uns. Wir können Farsi sprechen als Afghanen oder Perser. Wir können Arabisch sprechen als viele Länder, weil es Tausende, Hunderttausende und Millionen von uns gibt. Ganze Stadtteile, die bewohnt werden. In Berlin, aber auch, schau in jede Stadt. In Stuttgart nicht anders. Es gibt Stadtteile, da ist fast alles Arabisch. So, und dann sagen die sich... Das ist einfach eine Lüge. Das gibt es nicht. Das ist eine Lüge. Also entweder lügst du hier ganz bewusst oder du kommst nicht aus Stuttgart. In Stuttgart gibt es keinen einzigen Stadtteil, wo fast alles Arabisch ist. Was ist denn das für ein dummes Geschwätz? Das gibt es überhaupt nicht. Es gibt in Feuerbach eine Straße, wo lauter türkische Läden sind. Total beliebt. Ist auch voll geil. Kann ich euch nur empfehlen. Da sind türkische Bäckereien und bla bla. Türkisch. Es gibt in Stuttgart keine Ecke, wo fast alles Arabisch ist. Ich glaube, der verwechselt Stuttgart mit Berlin. Oder vielleicht lügt er halt einfach auch nur. So etwas gibt es in Stuttgart nicht. Das ist gelogen. Außer du willst mir jetzt erzählen, dass du Türken mit Arabern verwechselst. Ticker. In Stuttgart gibt es Ecken, da ist fast alles Arabisch. Zeig mir mal diese Ecke. Zeig mal. Meinst du, die zwei Schawarma-Läden oberhalb vom Pizza-Hart am Rote-Bühl-Platz? Die nacheinander kommen. Meinst du das? Unfassbar, Alter. Den Laden drehen wir uns selber um. Wir haben bald genügend Macht, weil wir genügend... Und selbst wenn es so wäre, wie gesagt, wäre es auch vollkommen in Ordnung. Aber es ist noch nicht mal so. Leute sind, und deswegen verstehe ich das aus dieser Sicht heraus auch, die haben das Gefühl, die müssen dieses Gagaland, was wir hier sind, das müssen die ändern, damit es ihrem Glaube entspricht. Also habe ich durchaus Verständnis. Ich kann mich in ihre... Ihrem Glauben. Mach vielleicht einfach nochmal einen Deutschkurs an der Volkshochschule. Das ist jetzt schon mehrfach, dass es mir auffällt, dass du noch nicht mal richtig der deutschen Sprache mächtig bist. Du benutzt inflationär tut. Tut. Das tut man. Digga. ...vereine versetzen, warum die auf die Straße gehen und sagen, wir machen da unser Kalifat draus. Und wir dürfen uns nicht wundern, wenn es irgendwann so kommt, wenn wir diesen Karren gar nicht mehr umdrehen können, weil wir ja nach wie vor diese Parteien haben, die das weiterhin zulassen. Und die Parteien wiederum, die wiederum dagegen sind, wie beispielsweise in der AfD, die werden verschrien. Oh, pfui, wie kann man nur? Ja, Skandal. Die AfD, habt ihr verstanden, Leute? Die AfD wird nur verschrien. Das suggeriert ja im Umkehrschluss. Eigentlich ist die AfD gar nicht so schlimm. Wirklich. Viel Spaß jedem, der sich das reinzieht. Aber bitte bleibt weg von mir. Jetzt soll mir keiner mehr... Jeder, der mir jetzt noch erzählt, dass man diesen Podcast hören kann und nicht schwurbler rechts sonst was wird, dem werde ich diese Folge schicken. Diese Folge. Jedem. Danach gibt es keine Diskussion mehr. Was wollen wir eigentlich in diesem Land haben? Ja, aber du hast jetzt aber auch viele Dinge genannt, Philipp, die sollte eigentlich jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand ablehnen. Nicht nur jemand, der irgendwie den islamischen Glauben verfolgt. Was ich meine, was hier ein Problem ist, ist, dass man dann, wenn man versucht, hier Muslime zu spalten, dass dann so eine Wir-gegen-sie-Mentalität entsteht, wo dann am Ende diese Muslime in eine extremistische Richtung gedrückt werden, in der sie gar nicht sind. Es gibt viele Menschen, die fünfmal am Tag beten, an Ramadan fasten und kein Schweinefleisch essen, aber sich komplett vollständig in die deutsche Kultur und in das Land integrieren. Und ich würde sagen, das ist der Großteil der Menschen. Und ich glaube, es ist auch möglich. Aber ich glaube, da muss man einfach ganz klar die Abspaltung zwischen diesen Menschen sehen und diese fassen und auch eben eine rote Linie ziehen, bis wohin und nicht weiter. Und das muss so in gleichem Ausmaß bei jeder extremistischen Bewegung passieren. Und in Sachen, ich meine, wir haben ja jetzt beispielsweise von den Vereinigten Arabischen Emiraten zitiert, du siehst ja, wie progressive arabische Länder, in denen auch der Islam eine sehr, sehr große Rolle spielt, wie die aussehen. Die sind nicht sehr, sehr weit vom Westen. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ultra progressiv. Alles klar. Ja, ist ja klar, dass er das sagt. Der wohnt ja da. Der kann ja auch nichts anderes sagen, wenn man ehrlich ist. Alter, so ein dummes Gelaber. Die sind nicht weit weg vom Westen. Nö, nö, gar nicht. Das ist fast das Gleiche wie Deutschland eigentlich. Also ob du jetzt in Deutschland, Schweden oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebst, das macht gar keinen Unterschied. Deswegen glaube ich gar nicht, dass es da, es geht wirklich um die Abspaltung der Extremisten, der Islamisten meiner Meinung nach. Und dass man jedem Extremisten hier von, aus Seiten der Regierung und der Politik gleichermaßen behandeln sollte, wie du auch schon vorhin gesagt hast, Rechtsextremisten, genauso wie islamistische oder Linksextremisten. Und das wird ja auch seitens der Regierung selber an beispielsweise Nancy Faeser kritisiert. Da hat sich beispielsweise der stellvertretende Bundessprecher Stefan Brandner zugeäußert und hat gesagt, während Innenministerin Faeser sich ausschließlich auf den sogenannten Kampf gegen Rechts fokussiert, träumen islamistische Gruppen vom Umsturz, bereiten ein Kalifat Deutschland vor und verbreiten ihre Propaganda offen. Und Nancy Faeser, die sieht da einfach dann die Pflicht bei den Ländern. Das heißt, schiebt das ab als Innenministerin. Und ich glaube, das ist die Wurzel des Problems eigentlich. Ja, also schau mal, Gern, ich meine, die Wurzel des Problems sind, Deutschland hat wirklich ein Alleinstellungsmerkmal und das ist das offen zur Schau gestellte Ablehnung dem Land, unserer Kultur gegenüber, unserem Kulturgut, unserer Historie. Eine offen gestellte Ablehnung, die ist salonfähig, die ist nicht nur... Das ist einfach dummes Geschwätz. Das ist einfach eine Lüge. Die Ablehnung von überzogenem Nationalismus, Fahnenkult und Recht der Ideologie gibt es in jedem Land. Bei den Griechen gibt es sehr starke antifaschistische Bewegungen, die einfach ein Riesenproblem mit Nationalisten haben. Das gibt es in Italien, das gibt es in Frankreich. Was labert der für einen Quatsch, Alter? Ich gehe weiter, die qualifiziert zu einem hohen Parteiamt, während du dafür in einem anderen Land nicht mal... Da kannst du so schnell deine Sachen packen und rennen, sonst verkloppen sie dich auf der Straße, ja. Und weil es ist quasi... Es ist eine Schande. Das ist mega geil. Länder, wo man auf der Straße verklopft wird, ist mega geil, ja. Die eigene... Auf die eigene Flagge zu spucken, gegen das eigene Land zu sein, gegen die eigene Kultur zu sein, ist undenkbar in anderen Ländern. Ja, wer kennt sie nicht, die Millionen von Leuten hier, die die ganze Zeit gegen deutsche Flaggen spucken. Ich habe schon länger keine unbespuckte Flagge mehr gesehen in Deutschland. Ganz schlimm. Auf jeden Fall mega schlimm. Wenn wir jetzt schauen, bei uns in der Politik... Jetzt zuletzt auch bei der EM. Es war ja unerträglich, dieses ganze Rumgespucke. Ich bin die ganze Zeit ausgerutscht hier in der Stuttgart-Mitte. Leute, ob Nancy Faeser, die eine Nähe hat zur Antifa, also zu einer extremistischen Bewegung in diesem Land, ja. Die Antifa gibt es nicht. Du kannst gar nicht von die Antifa sprechen, du Schlaumeier. Ob Claudia Roth, Claudia Roth, wir denken dran, die Bundestagsvizepräsidentin lief 2015 auf einer linksextremistischen Demo mit, bei der skandiert wurde, Deutschland, du mieses Stück Scheiße und Deutschland verrecke, ja. Keine Konsequenzen. Man muss sich das einfach mal vorstellen. Und wie viele Konsequenzen hatte das, wo AfD-Politiker mitgelaufen sind? Wo sind AfD-Politiker schon mitgelaufen? Ich will gar nicht an die Corona-Pandemie erinnert. Und was wurde da alles gerufen? Und was hatte das für Konsequenzen? Willst du mich eigentlich verarschen? Ich sage dir, in fast jedem ein anderer Land auf diesem Planet Erde, ja, bist du so schnell weg. Die könnte sich nicht mal vor ihrer eigenen Haustüre mehr zeigen. Die müsste sich verstecken, ja. Hier. Oh, gut. Whatever. Egal. Ja, das gilt übrigens auch für dich. Das gilt auch für dich. Du musst dich hier auch nicht verstecken. Und du redest wirklich so schlimme Sachen hier in diesem Video. Da sind so viele menschenverachtende Dinge gesagt worden. Und du musst dich auch nicht verstecken. Sei doch lieber froh darüber. Alles geht. Alles ist sackbar. Egal. Alles egal. So. Und das ist halt der große Unterschied. Und ich kann auch da, möchte ich wieder für die Muslime hier das Wort ergreifen. Ich kann verstehen, dass sehr viele Leute, die hier herkommen... Habt ihr gehört, Leute? An alle Muslime, seid mal ein bisschen dankbar, dass hier der Hopf das Wort für euch vergreift. Hier, und jetzt genießt euren Wortführer hier, bitteschön. Und die keinen Respekt haben vor diesem Gesetz hier, die keinen Respekt haben vor der Gesellschaft, weil sie sieht, dass die Gesellschaft keinen Respekt vor sich selbst hat. Wir haben keinen Respekt vor uns. Wir haben keinen Respekt vor unserem Land. Wir müssen wieder unsere Männlichkeit finden. Kommt euch bekannt vor, ne? Der kann einfach so original bei der AfD eintreten. Genau so, genau so ein Scheiß hat doch, äh, äh, wie heißt der, äh, Bernd Höcke hat doch genau den Scheiß geredet. Wir müssen wieder Männlichkeit werden. Wir müssen unsere Männlichkeit wiederfinden. Wir müssen wieder männlich werden. Björn Höcke, Entschuldigung, Björn Höcke. Wir haben keinen Respekt vor unserer Geschichte. Wir schämen uns nur dafür. Und wenn wir rumlaufen, dann, außer die deutsche Nationalmannschaft spielt gerade an dem Tag, da würden wir uns auch nicht trauen, in den meisten Fällen eine deutsche Flagge irgendwie rauszuhängen, weil dann sind wir ja Nazi. Warum sollst du denn überhaupt eine deutsche Flagge einfach so raushängen? Bist du irgendwie im Bundesministerium oder was? Was ist das überhaupt für ein Quatsch? Warum musst du denn eine deutsche Fahne aus deinem Fenster hängen? Und wenn du es so geil findest, dann mach doch. Gibt genug Trottel, die sich da einen drauf wichsen und einfach das ganze Jahr über eine Deutschlandfahne auf dem Balkon hängen haben. Dann mach halt. Wenn du so wenig bei dir selber findest, worauf du stolz sein kannst, wenn du selber mit deinen eigenen Händen oder deinem eigenen Köpfchen nichts hast, worauf du stolz sein kannst, dann sei halt stolz auf deine Fahne. Quatsch, Alter. Und diese Leute aus diesen Ländern, die kommen her, die... Bernd war richtig, also, bringt mich doch nicht durcheinander, Bernd war richtig, ja. Die kommen aus ultranationalistischen Ländern, diese Länder haben aber viel weniger geschafft als wir und die sind ultranationalistisch, die lieben ihr Land, sie sind stolz auf ihr Land. Und dann kommen die her und dann sehen sie diese Deutschen, die mit eingekniffenem Schwanz zwischen den Beinen rumlaufen, die sich schämen. Du könntest deinen wahrscheinlich noch nicht mal einkneifen, so wie ich das einschätze. Und dann sehen sie unsere Lasch-Justiz, die nur zu belächeln ist, ja, die Milde des Gesetzes, wo härteste Vergehen und Verbrechen mit Bewährungsstrafen die Leute wieder raus... Die Milde des Gesetzes kommt dir auch zugute, mit dem Quatsch, den ich mir hier gerade eine halbe Stunde lang anhören musste. Die kommt dir auch zugute. Sei froh, dass das Gesetz so mild ist. Sei du froh darüber. Und die erzählen sich das ja dann in ihren Flüchtlingsheimen beispielsweise gegenseitig. Es ist doch logisch, dass die keinen Respekt vor uns haben. Das ist nicht der Fehler oder das Problem dieser Menschen, dass die das nicht respektieren, sondern das sind wir, weil wir den Respekt nicht einfordern. Also das war wirklich 30 Minuten reinste Folter, die ich mir da jetzt reinziehen musste. Ihr habt es euch ausdrücklich gewünscht. Ihr habt auch irgendwo recht. Ich denke, das war schon wichtig, das zu kommentieren. Also für mich ist ab dem heutigen Tage das Thema ein für allemal 100% durch. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Das ist wirklich rechtspopulistisch, islamfeindlich, transphob, verschwörungstheoretisch. Also das ist wirklich unterste Schublade. Das kann sich kein normaler Mensch reinziehen. Nein, hört auf, das zu gucken. Schaut das nicht. Bildet euch nicht ein, dass da irgendetwas unproblematisch wäre. Das war gerade wirklich ein Paradebeispiel dafür. Ich warne euch ausdrücklich. Zieht euch das nicht rein. Das wird euer Gehirn verpesten. Hört auf, das zu gucken. Ich bin auch stolz. Ein paar Leute haben mich schon geschrieben bei den letzten Reaktionen auf die, dass die durch uns aufgehört haben, sich das reinzuziehen. Liebe Grüße an diese Leute. Wahnsinn, Alter. Was haben wir uns da gerade reingezogen? Was ist das, Alter? Unfassbar. Ich glaub's gar nicht, ey. Das ist für ein Schmutz. Unfassbar. Gangsta, Mann, Schuhe. Gangsta, Mann, Schuhe. Rest in peace, Tupac, Big E, Schuf. Habibi, Stuttgart, City Crew. Gangsta, Mann, Schuhe. Gangsta, Mann, Schuhe. Rest in peace, Tupac, Big E, Schuf. Habibi, Stuttgart, City Crew. Dadda, Mann. Fast in peace, Tupac, Celebrity Crew. summit in peace, Tupac,life2. глядys. Ciao. ick Brian.